Hey, ihr Zuckerschnuten! Herzlich Willkommen bei Iwas Gaming und einer neuen Folge Vigor. Ja, ich mach für euch heute den Wolf nicht im Schafsfels, sondern noch mal im Hasenfels. Oh, und dann werden wir schon gescannt. Ja, und ich bin auf eine ganz tolle Idee gekommen. Ich hab nur einen Revolver mit. Ja, das erklärt doch schon alle das Problem, glaub ich. Wieso nicht, warum? Aber ja gut, alle anderen Waffen schleppt man ja so oft mit und ist ja hierfür doch ein Hit damit, so. Meist, also wenn man Glück hat, ne? Ist mit nem Revolver anders, glaub ich. Wir testen's einfach. Wir gucken mal. Ich weiß auch nicht, wie ich auf diese Schnapsidee gekommen bin. Aber ja, öfters mal was Neues. Man muss sich ja neue Ziele suchen und so, ne? Sonst wird's ja langweilig. Also gehen wir halt einfach mal mit nem Revolver rin. Ich gönne mir richtig. Okay. Okay, okay, okay. Ist schon jemand hier oben? Ah, hier macht alles so viel Lärm. Der Container könnte jetzt mal wieder aufhören. Uh, hinter mir. Okay, der ist noch im Haus. Das ist gut, aber hinter mir waren auch Schüsse. Na, jetzt hat mich eh noch angepingt. Muss denn das sein? Ist ja furchtbar. Ah. Okay. Die schießt ja gar nicht mal so gut. Der holt jetzt nicht ernsthaft ab. Die haben noch alle tausendmal bessere Waffen mit Weg. Wo ist der? Junge. Wir kommen bald wieder. Jetzt hätt ich ein Problem. Naja, das dachte ich mir. Aber ich weiß, dass du hier noch irgendwo steckst. Was? Oh, was stört das denn? So ein Murks. Okay. Das ist merkwürdig. Aber das ist nicht der, der das ausgeräumt hat. Ach, der telefoniert erstmal noch. Also ehrlich. Das ist ja... Der hat das Überleben ja mehr als verdient. So wie ich mir ja anstelle grad. Doch, das ist der. Sorry. Ach Gott, der hat auch gar keine Waffe mit, ne? Naja. Man sollte vielleicht doch manchmal vorher noch nachgucken, aber... Ja. Mach ich halt nicht. Und selbst wenn, verjess ich's oft. Selbst denn... Also wenn wir zumindest ein Team spielen, krieg ich mir danach schon nicht mehr dran erinnern. Wie viele Teams überhaupt in der Runde waren. Das ist ja nur blöd, ja. Deshalb ist er geflitzt. Aber er hätte ja auch hell rufen können. So, wo sind denn jetzt die Points? Hier ist jetzt der verbarrikadierte. Hm. Dann... Kingen wir mal. Oh, da ist tatsächlich einer drinnen. Na, hab ich den Stern erstmal weggemacht. Naja. Auf Sackbro kennt man's ja eigentlich alles auswendig, nicht? Weil ist das nicht so schlimm. Natürlich blöd, dass er keine gescheite Waffe mit hat. Ich hab eigentlich gedacht so... Ja, wir organisieren uns dann eine. Hm. Weil mit Revolver ist ja doch so ne Sache. Hm. Aber der hat jetzt definitiv Waffen auf dem Rücken. Ich verstehe das nicht. Warum hauen die denn jetzt immer alle ab? Wer hat ne Schrotflinte? Ah... Oh meine Güte, ey! Komm, du hast ne Schrotflinte aber jetzt nicht ab? Warum mach ich denn kein Schaden an den? Krass. Der ist gesprungen wie ein Miese, aber der kann wohl nicht klar. Habt ihr gesehen, der hat geschlagen mit der Waffe. Das passiert mir um manchmal. Oh, SKS, die ist doch gar nicht schlecht. Oh, das muss man mal kurz in Sicherheit bringen. Lootmanagement betreiben. Ähm, achso. Ne, SKS ist schon mehr. Also ja, gut. Vom Wert her nicht, ne? Aber, äh, ja. Ich glaub, die macht deutlich mehr Schaden, wie so ein Revolver. Bildig mir jetzt mal so ein, so. Das löschen wir. Das löschen wir. Uh, da ist der Schatz. Super. Ey. Da geh gleich nochmal hin. Oh, vielleicht hätte ich jetzt erst pingen sollen. Ey, ich bin ja mitten auf dem Präsentierteller, ne? Aber ja, die Erkältung hat mich noch voll im Griff. Also, ich geh jetzt erst nach den Schatz gucken, weil, ähm, den Container haben die ja eh schon aufgemacht. Das war ja zu hören, das war ja so laut, dass da, äh, sowieso nichts mehr drin sein wird, denke ich. Oh, oh. Hm. Nein. Der ist hier oben. Ich hab ihn doch gerade nachher gesehen. Ah, hau mal ab. So. Juhu. Weiß nicht. Oh, hier ist der Drops runtergekommen. Ah, dann müssen wir uns erst den Platz freimachen. Schnell, schnell, schnell. Bestellte Dinge. Nein, nicht. So, haben wir schon zwei Plätze gewonnen. Nochmal ping. Nein. Das bitte. Nein. Nein. Ja, gut. Entschuldigung. Sorry. Echt vergessen, jetzt die Tasse zu drücken. Als ich eben muted bin. So. Sehr schön. Dann probiere ich jetzt ganz schnell noch den Schatz auszugraben. Einfach weil es meine tägliche Aufgabe ist. Ich glaube, ich muss den dreimal oder so finden. Also, das ist jetzt sowieso mit einer Begegnung noch nicht. Da pingt nochmal einer. So kann er ja auch. Der Schatz ist auch noch nicht aufgemacht. Das ist schön. Das ist super. Oh, so viele goldene Komponenten. Was löschig. Oh, wenn ich das mal hätte mit dem anderen Account. Ey, Weihnachten. Ja, ich kann das nicht mehr mitnehmen, ne? Ja, geht nix mehr. Ja, mal gucken, ob er jetzt rauskommt. Hm, 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 lauf, was ist lauf? Oh. Schieb. Gib ihm. Feuer, Marianne. Oh, jetzt scheint es zumindest ein Kena hier zu sein. Das ist schön. Lobot, kommt doch Kena nach. Ich sehe jedenfalls Kena. Wie schnell. Mal den schönen Revolver neben mir. Boah, hätte schlimmer ausgehen können, würde ich sagen. Haben wir wenigstens den Tropfen eingeheimt und ein bisschen loot. Ist doch gar nicht so verkehrt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Däumchen nach oben da. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.